Nein, nein, die Lea, auch ihr habt mich, du eine Ruhe. Okay. Was auch immer. Irgendeine Tür ist gerade aufgegangen, die verschlossen war, kann das sein? Genau. Da wurden zwei Kinder gezwungen zu tanzen, alle, die Arme. Ähm. Äh, ich sehe meine Maus nicht mal, Dickie. Wieso sehe ich meine Maus nicht? Ich meine, ich muss das doch irgendwie einsetzen, aber nicht. Außer ich kann es noch nicht, weil ich nicht alle Bilder habe und dann macht das selbe, okay. Sicher bin ich mir nicht, ich habe nämlich meine Maus auch nicht am Anfang des Spiels gesehen. Oh mein Gott, was für eine Oma. Eine typische Oma mit nur einem Auge. Wenn die hier rumläuft, kriege ich ein Herz. So, lass uns mal gucken. Wir haben das hier überprüft, wir haben das hier überprüft, wir haben das nicht überprüfen können. Das ist abgeschlossen. Und das hier auch abgeschlossen. Okay. Es ist alles abgeschlossen. Ich habe auch keinen Schlüssel gefunden für unser Schloss da drüben. Da ist noch ein Bild. Ah, das sind die zwei Kinder, die wir vorhin gesehen haben. Wahrscheinlich kann ich erst das Bild vervollständigen, oder? Fehlt da ein Teil. Das kommt da unten. Das kommt da unten rechts, unten links. Ja, okay, da fehlt noch was. Aber ich kann es auch nicht einsetzen, oder? Ich kann es nicht einsetzen, nein. Ähm. Irgendwas hier, nein. Da ist auch nichts. Oh, da ist noch ein Bild. Oh, jetzt haben wir doch alle, oder? Ähm. Ähm. Katze. Warum? Confirm. Ja. Nicht? Okay. Staschen, das ist doch Staschen. Nee, das ist an sich auch zu weit oben, oder? Hä? Das muss doch safe so sein, Alter. Das passt ja mal... Nochmal was da rein. Ähm. Gut, dann... Ach so, aha. Jetzt, warte, warte, warte. Ich muss das, äh, einfach da reinlegen und dann einfach das nächste nehmen. Da oben. Jawohl. Nächste... Oh, nein, Digga, bin ich... Ah, puta. Okay, also. Nächstes Teil. Das ist der rechte Körper von dem Jungen. Nächstes Ding. Von der Tussi. Ja. Und gleich geht die Post ab. Also, jetzt erwarte ich ein Desaster. Oh, ich wusste jetzt. Oh mein Gott. 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 Okay, und fängt dich, Alter. Ihr Bastard. Ich hab sogar... Ich hör, ich wusste es. Alter Schwede. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Uah. Holos. Was? Äh, Medizin. Kann ich das benutzen? New Ceiling. Okay, alles klar. Oh mein Gott, ich hab ein Messer. Sag mir, ich hab ein Messer. Gib mir dieses Messer. Gib mir dieses Messer. Mail of... Ach so. Kannst du nicht benutzen. Select. Nee, ich kann es nicht benutzen. Schade. Boah, Alter. Leute, ich hab's kommen sehen. Aber es hat mir nichts gebracht. Ach, kann ich irgendwo speichern, bitte? Ich möchte nicht mehr spielen. Hm. Hab doch eine Nadel. Oh, ich kann damit tu stechen. Okay, gut zu wissen. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass ich mit der Nadel das Schloss irgendwie aufkriege. Kann ich dieses Messer nehmen, Bruder? Natürlich nicht. Okay, ich kann hier jetzt auch nicht mehr. Aber okay. Oh, warte, 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 warte. Wie geht das? Ich nicht. Irgendwas übersehe ich. Außer ich kann hier wieder raus, kann ich nicht. Was übersehe ich? Was übersehe ich? Das war vorher noch nicht da, glaube ich. Ähm. Ich kann also nicht auch damit auch nicht durchschneiden. Sagen wir was? Nein, das ist nichts. Ich dachte, das war jetzt irgendwie eine doppelte Wand oder so. Da drinnen ist auch nichts. Da unten ist nichts. Hier im Schrank oder so. Ja, ist okay. Beruhig dich. Wir kommen hier raus. Wir kommen hier raus. Alles klar. Hm. Ah, Leute. Was übersehe ich denn? Alles klar. So wie es aussieht, wird das eine Dreifachfolge. Weil wir sind schon bei 40 Minuten. Egal. Ich kann ja sowieso noch nicht speichern. Und irgendwie muss ich sagen was. Nein. Okay. Vielleicht muss ich das Bild nochmal ansehen. Ah, ich hab. Ich musste das Bild mitnehmen. Okay. Und irgendeine Tür hat sich geöffnet. Und ich klicke gleich wieder einen Herzinfarkt. Ich hab doch gerade eine Tür gehört. Jetzt haben wir mich behindert. Mann, dieses Spiel will mich doch ficken. Okay, Leute. Falls das zu lange dauert, dann werde ich an dem Moment vorschneiden, wo ich es dann finde. Ah, was? Was, was, was übersehe ich? Versteh's nicht. Muss ich mich ducken und irgendwas machen, oder? Nee, muss ich nicht. Ich hab auch eins von fünf Nadeln. Hat das was zu bedeuten? Gucken wir uns mal die Bilder an, oder sowas. Muss ich mir das Bild anschauen? Find the way out of the forest. Aha. Das ist zum Verteidigen. Alles klar. Kann nicht raus. Alter, ich hab doch schon alles durchgeschaut, oder nicht? Kann ich irgendwas öffnen? Kann ich das mitnehmen? Irgendwie benutzen? Drehen? Vielleicht muss ich irgendwas damit machen? Der Bilderrahmen ist doch weg. Perfekte Scheiße, Digga. Jetzt. Okay, jetzt haben wir den Schlüssel. Und das hier. alles klar. Das ist wahrscheinlich immer noch zu, gell? Alles klar. Jetzt weiß ich's zumindest. Diese Nadeln, wenn... Ich muss diese Nadeln finden und die verbrauchen sich. Ich hab sie nicht dauernd. Gut zu wissen. Kann ich eine Nadel hier aufheben von dem? Nein, die Nadel ist weg. Die Nadel ist weg. Okay. Mann, dieses Spiel gibt ja einem aber nicht viele Chancen zu speichern. Ich da rein. Nein. Ich such mal hier alles ab, damit ich bloß nichts übersehe, falls hier mal irgendwo eine Nadel liegt oder so. Sieht nicht so aus. Oh Gott. Wie viele Tiere, Alter. Was schlachten die hier alles ab? Ich will hier raus. Oh, scheiße, Alter. Was geht bei euch? Ihr seid doch alle krank. Das ist zwar übel eklig, aber ich muss hier alles durchsuchen, Leute. Falls ich... Also, falls das Spiel mir überhaupt die Chance gibt, hier Nadeln zu finden, falls hier überhaupt welche rumliegen, ich weiß das nicht. Aber so wie es aussieht, brauche ich sie. Und ich glaube, diese Viecher, die laufen hier auch überall rum. Ja. Ja, Mann. Deckt mir die Sicht ab, Alter. Nicht hier hin. Alles klar. Alles klar. Ist da ein Platz zum Speichern? Ja, da ist was zum Speichern. Kann ich da hin? Ich kann nicht da hin. Ihr wollt mich doch ficken. Was ist da drüben? War ich da schon? War ich da schon? Ich will nur mal kurz gucken, ob ich da überhaupt Übungen rüber kann von hier. Geht nicht so aus. Ich will nur mal kurz. Was zum Fick? Hä, wie jetzt? Heißt das, ich kann nichts speichern? Kann ich bei diesem Game nichts speichern? Ihr wollt mich doch echt verraschen Als ob ich jetzt echt nichts speichern kann Nein, kann ich wirklich nicht Okay Und was soll das mit dieser Teleportation? Scheiße, wo bin ich schon wieder? Alter Keiner, was ich damit soll Ich Blick grad gar nichts So, Moment, Moment, Moment Ähm Ich kann hier auch drunter, oder? Okay Ich will, aber Will zur Designstelle Ja, genau, hierhin will ich Kann ich jetzt speichern mit diesen Zigaretten-Dingen da? Tatsache, nein, kann ich nicht Wofür hab ich die Scheiße da? Okay, hier geht's wieder zurück Das ist doch abgefahrene Scheiße Bin jetzt hier, hier geht's auch nirgendwo hin Wenn ich jetzt wieder zurückgebe, bin ich wieder ganz zurück Okay Alles klar Das bedeutet jetzt Wo zum Fick Muss ich lagen Ah, okay, okay Das war jetzt da drüben Warte, warte, warte Ich hab nämlich den Überblick verloren Nochmal was War ich hier schon? So eine Map wäre nicht schlecht Okay Okay, ich war hier schon Ich war hier schon, jawohl Hier gibt's nicht solche Fäden Wo ich durch kann Es gibt nur Da einen Alles klar Hier müssen wir sowieso durch Dann bin ich jetzt hier Hier bin ich noch nicht durchgegangen Und ich glaube hier Erwartet mich jetzt der Tod Oh Gott Okay, zum Glück nicht So Wo bin ich hier? Warte mal Was zum Ich bin wieder Alter Ich lau weit Äh, was? War ich hier schon? Ich war hier doch schon Alter, ich bin schon wieder Junge Also jetzt geh ich mal von der anderen Richtung hier rein Ob das was bewirkt Ja Ah, geht doch Okay Ah, jawohl Jetzt hab ich die Teile zum Speichern Sehr gut Sehr gut Jetzt muss ich nur wieder Da hinkommen Okay, wie war die Reihenfolge nochmal? Ich bin von hier gekommen Das heißt Ich muss hier drunter Danach Muss ich Hier durch Oder? Ähm Äh Ich bin durcheinander Moment Ich muss erstmal glaube ich hier durch Diese verfickten Furmlöcher Moment Ich muss jetzt Normal hier durch Nein Alter Äh Ich bin doch behindert Wo bin ich denn vorhin durch? Ah, jawohl Jetzt hab ich's Ah, jawohl 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 Das war's. Ihr seid doch solche Missgeburten, Alter. Ich dachte gerade, ich kann speichern oder sowas. Puppets, Buddy. Von einer Puppe die Teile. Oh, die konnte ich jetzt auch mitnehmen, alles klar. Um Gottes Willen, kann ich bitte mal speichern. Hallo, Bruder? Na, ciao, eine lange Nacht. Ah, ich wusste jetzt, dass ich hier aufwache. Das heißt, diese Tür hier ist immer noch nicht offen. Die hier ist wieder zu. Und was gibt es denn jetzt hier wieder zu sehen? Oh, das ist ja so ein Schmack. Und was ich? Oh, das ist ja so viele. Oh, das ist eigentlich hier. Oh, nein! Das ist ja so. Ich habe hier und mehr auch von euch. Es ist einoundmix. Ich habe dich gemacht. Ich habe ihn alleine kunden. Das ist kein Unterhalt, ich kann ihn nicht meine Hand machen. Ich weiß nicht, ich sage darum. Aber mein Freund Schmerzer hat mich von Kunde ein. Ich bin jemanden Teufel. Ich habe meine Hand gemacht. Ich habe einen Unterhalt. Ich habe ihn heute übernommen. Ich will dich, in dem Fug. Ich habe mir ja Mutz. Er ist gut. was für eine dumme kleine gehöre schiebt das einfach auf ihre schwester ich überprüfe nur ganz normal kurz diese tier hier immer noch zu ist wir wollen die sommer noch zu hier gibt es nichts mehr für mich zu holen ich habe hier jetzt auch alle türen geöffnet müssen also auf jeden fall wieder raus jetzt bin ich nur wieder am anfang alter die mutter hat die da reingesteckt mir die granny die oma blödes dummes spiel lass mich doch mal speichern kann man in diesem spiel spiel bitte mal speichern dass dieses fisch wieder was irgendwas ich habe mich so immer umsehen ich glaube die wollen dass ich dieses geben heute durchzockt kann man hier eigentlich nicht mal sprechen wir rennen mal ganz schnell durch was ist denn mein ziel immer noch hier rausfinden aus dem wald was ist denn das was ist Ich habe das, was ich mir geholt habe, zurückgegeben. Oh, da ist was zum Speichern. Danke! Und hiermit, Leute, beenden wir erstmal diese Doppelfolge oder Dreifachfolge, vielleicht ich mag wahrscheinlich zwei, drei 20 Minuten Videos draus. Ah, ich bin, ich habe überall Gänse out, Leute, schmeckt mich am Arsch. Also, schön, dass ihr da wart, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao! 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 Ciao!